Hallo meine Freunde, willkommen zurück in der Front, mittlerweile Verstärkung im Team mit Daki. Hallöschön. Und der Wähler liegt nach wie vor da am Boden und der Voidhaisel rennt hier in der Gegend rum und ist fleißig beim Werken. Hallo. So, Daki steht hier eh gerade vor mir, der ist gerade gekommen, deswegen ist er noch relativ rudimentär gekleidet, aber der ist gerade vielleicht eine Viertelstunde jetzt hier. Ja, was machen wir hier? Ich mache meine Quests jetzt weiter, dann schauen wir dazwischen, dass wir ein paar Wellen hinkriegen und Upgrade und Craft halt hier mal durch, so was das Spiel halt hergibt. Ähm, ja, genau das werden wir machen. Was ist denn da gescheiter Rotpunktvisier? Kann ich das auf eine normale Waffe stecken? Na, gell? Ja, ja. Na, auf Pistole? Normalerweise schon, ich glaube, du kannst alles auf alle Visiere durchmischen. Und was bringt da wirklich was? Rotpunkt brauche ich auch nicht wirklich, oder? Schnellere Nachladen. Ja, aber rot finde ich es trotzdem besser zum Schauen. Ja, da brauche ich dieses komische Polymere da, das will ich euch nicht vercraften, es sind nur fünf da. Nein, nein, kannst ruhig. Bei der Filtermaschine, die muss nur Kraft machen. Haben wir noch nicht, gell? Nein, die haben wir auch nicht gehabt. Äh? Und wo ist das? Ja, die habe ich wieder zerschrottet, dass ich nicht viel herzeige. Nein, ich habe gesagt, das ist wirklich vorbildlich, wie du das machst. Wirklich absolut geil, ja. Ja, aber ich wollte nur sagen, wenn du so ein Ding aufstößt und du kriegst ja dann nur die ganzen Matzen immer alle zurück oder so, dann, wenn du nur ein Gerät aufstößt, das kannst du ruhig machen. Also das stört mich deswegen nicht, weil das kann ich in Ruhe langsam erklären, so wie jetzt die meisten Werkbänke sind gestanden. Ich bin im vorvorragenden Video, im vorvorragenden Video durchgegangen und habe mir alle Bänke angeschaut und somit gewusst, wenn das so easy verständlich ist, dann ist das okay. Aber ich wollte nur sagen, du kannst das gerne anreißen wieder, aber du musst nicht, weil du kriegst ja die Matzen dann nicht zurück, ne? Nein, ist egal. Ich bin auf Kraft. Ich habe mir nur drauf. Klar, man ist mein Hobby. Ja, eh, ist okay. Wow, die ist aber eine große Maschine. Ja. Deshalb, ich habe auch nicht gewusst, was das hinhaben müssen. Ich habe es beim Eingang links gehabt. Also, nicht von der Seeseite, sondern gegenüber von der Seite, sprich, das ist für Richtung. Richtung Südosten habe ich es gehabt. Bei der Tier. Warum kann ich es da herstellen? Warum kann ich es hier herstellen? Achso, das steht an der Decken da oben auch, gell? Aha. Achso, du bist gerade da. Ich habe es jetzt in die Hütten da reingestellt, irgendwo. Ja. Ah, da kommt das Öl. Kann ich eigentlich mit dem Öl, kann ich dann mein Öl da immer gleich einfüllen, weil ich weiß nie, wohin damit. Brauche ich das noch woanders, das Öl? Hau rein, alles. Hau rein. Nur zum Danken für Generator und Post. Aber brauche ich eh nur Benzin dann eigentlich, oder? Genau. Ich weiß nämlich nie, wo immer Öl hindut und so. Was macht man aus dem? Ah, da braucht man was Harz dazu. Okay. Na, jetzt kommt die Harzzeit. Die Harzzeit, ja. Cool. Die Harzzeit. Ich muss mich selber da mal unten ein bisschen größer machen. In dem Stream. Holbild. Nein. Weiß nicht. Bin ich mir nicht sicher. Ich geh mir ein bisschen Holz holen. Ja. While... Wo du Harz brauchst. Ja. Oder sag mal so, ich hab schon jetzt Harz ein bisschen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass ich das da ja eh vom Holz kriege, werde ich mal geschwind ein paar mehr anwerfen. Ja, so ein Spiel wie das macht ja auch gleich mehr Spaß, wenn man sich schon ein bisschen auskennt, ne? Das stimmt, ja. Aber jetzt, wo ich schon weiß, okay. Jetzt kann man dann schon ohne Anleitung von irgendwem einfach mal sagen, okay, ich brauch das. Ich geh geschwind das farmen, weil dann kann ich das aber herstellen. Also so ein bisschen Hilfe am Anfang war super. Und jetzt, wo ich sag, okay, gut. Wenn du mir sagst, das Harz geht da, war es super. Dann geh einmal Holz farben, stell dir ein paar hundert Harz her. Lass das da drin liegen einmal einfach und fertig, ja. Weil am Anfang ist ja nicht nur das Problem, dass ich dann jetzt gewusst habe, wie man es herstellt. Ich wusste ja auch nicht, welche Items ich wirklich viele brauche, ja. Deswegen hab ich zu dir ja gesagt, das erste, was mir jetzt wirklich ständig ausgeht, ist Harz. Wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das fällt mir ständig irgendwie. Eisen überhaupt nicht. Eisen ist ja tonnenweise da überall. Ja, wie gesagt, ich hab's auch gestern durchrennen gehabt, auch auf K. Sollte man aber reichen, ne? Dann hab ich's geschmiedet auch gleich. Oder auch Eisenbahn hat was gemacht. Meißmehl. So. Das ist etwas Harz hier, passt. Jetzt muss ich aber da irgendwas nochmal ausbauen, weil mir gefällt da etwas nicht. Da werde ich aber kurz das YouTube-Video pausieren und werde das gefällt umbauen, weil ich hab die Filtermaschine jetzt aufgestellt, die steht aber jetzt irgendwie nicht ganz optimal, sagen wir mal so. Ja, das Drum ist so scheiße groß. Ja, aber da ist die Dachschräge im Weg. Wenn ich die Ecke vom Dach da rauskomme, kann ich das Ganze in die Ecken stellen. Aber wie gesagt, wenn's von der Süd-Ost-Seite, wo die Tier ist, wenn's schaust oben beim Ding Süd-Ostner, die Tier, wenn's da quasi ausgehen ist, rechts hab ich's gehabt. Ja, ich hab's im Haus drinsteht. Nein, das ist... Ja. Ja, ist's aber ausgegangen. Hast du die Dachschräge... Nein. Hast du das Dach absichtlich da verlängert, ansonsten wir aufgehen können? Oder ist es nur Fehlplatzierung beim Umbauen gewesen? Nein, ich hab einen Boden gebraucht, dass ich eine Wand brauchen kann, das Dreiecksteing. Nein, 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 nicht die Raume oben. Da gibt's ein Dach, wo die Schindeln vom Dach, eins, zwei, da rennt bis im Boden rein. Da kann man praktisch wieder treiben. Ja, dass ich aufgekommen. Ist das Absicht? Ja. Das wollte ich sagen. Okay, ja, passt. Sonst bin ich nicht aufgekommen. Ja, ist okay. Ich hab nur nicht gewusst, ob das verstückt ist. Sagen wir so, am leichtesten. Das war der leichteste Weg. Sehr optimal. Vor allem im Spiel, wo da nichts passieren kann. Okay, Leute. Ich werde jetzt kurz... Ich hau kurz eine Karte ins YouTube-Video, weil ich hole mir jetzt etwas Holz und baue geschwindes Dach da hinten um und dann platziere ich die Maschine neu und dann seid ihr gleich wieder hier. So, Leute. Nach diversen Schwierigkeiten in der Konstruktion war aber jetzt das ganze Dach ein bisschen breiter. Wold hilft mir dafür gar, weil das ist ein bisserl ein beschissener Aufwand, nenn ich es jetzt einfach. Also, warte einmal. Kann ich aus Stein schon bauen oder muss man das unten bauen? Du, musst man das unten bauen aus Stein? Da bei der Werkbank. Geh ich mir da gar nicht, oder wie? Nein, nein, nein. Ah, so, ich hab mir gedacht, das geht immer nicht da. Okay. Bauen wir gleich 20 Ritikel. Ich brauche einmal ein paar Bodenplatten, jetzt einmal Ceilings. Kannst du eigentlich jetzt auch was bauen oder rennt bei dir jetzt meine Tochschrägen? Tochschrägen rennen, jetzt. Ach so. Ist okay, kann ich rennen. Macht nichts. Da tut schon. Steinfundament. Steinfundamente erinnern wieder schwer an Valheim. Das Viereck und das halbe Viereck. Dieser massive Block. Wir nennen mal kurz den Stream um. Erledigt. So. Der macht jetzt Depor. Es ist ärgerlich, dass das anders nicht geht. Theoretisch, wie geht denn das dann? Wie macht man den Anschluss da dann, wenn wir da jetzt höher kommen? Müssen wir rundum alles sicher machen. Die andere Seite... Nein, nein, nein. Ja. Ich habe eine Stränge genommen eigentlich nur bis zur Kante. Dann können wir es so machen, wie ich es gerade gebraucht habe. Da. Ja, ich habe da ein Dreieckding eingesetzt und... Ja, und geht das da herüber auch? Sie müssen es da gehen. Da? Ja. Aber wir kommen ja eins sicher daher. Dann haben wir wieder so ein Ecken da dann, ne? Nein, warte mal. Sag dir den Ansatz schon mal. Mach einmal. Und wir werden auch sehen. Aber wir brauchen noch, äh... ein paar... Wände. Wände. Ja, ich bring da welche her, wenn du willst. Oder Kraft, aber... Was, wir hakeln da? Der Wähler liegt die ganze Zeit rum und schläft. Er liegt am Boden, tritt sie am. So wie die Mutigsten. Da, warte, ich habe es schon mit. Wände. Ich brauche noch eine. Oh, warte mal. Kriegst du ein paar. Drei. Nein, das ist eine 2x2 Wand. Die habe ich nicht gebaut. Die war drin. Ja, die... Weil es craften noch immer deine Dinge. Also ich habe die nicht gebaut. Sind das zu groß? Ah, sind das zu groß. Aber die sind die, was ich gekluttert habe. Die habe ich. Ich muss dir ehrlich sagen, ich baue auch manchmal ein bisschen falsch. Oder die 2x2 habe ich jetzt heute schon ein paar Mal gebaut, weil es ist im Schnee, Schnee. Hm, ich weiß nicht. Boah, da geht das schief. Also du willst du da jetzt mit einer... Ich weiß schon, was du fährst. Du willst da mit einer... Ah, opala. Du willst da mit einer schrägen einfach ohne. Hm. Weil ich habe jetzt mal gerade gedacht, wie schließt du an den, ähm... Wie schließt du dann diese komischen Ecken rein, äh? Aber du hast ja diese Ecken da gar nicht dann eigentlich. Weil du ja mit einer Geraden aufhörst und nicht mit einer Ecken. Du hörst so auf, ne? Genau. Ja gut, dann geht's. Ich habe mir gedacht jetzt, wie kommst du an die Ecken? Dieser Eckteil geht ja nicht. Wenn du den Eckteil weglasst, okay, ja, dann passt's. Ja, das ist schon gut aus, ja? Ja, ist jetzt einfach... Nein, ist eine gute Idee, weil im Endeffekt... Das ist okay so. Jetzt haben wir Metalltüren. Yeah. Das geht ja da noch rum, so. Ja, wo ist das jetzt wieder? Ja, wo ist das jetzt wieder? Da, wo sind meine Teile schräg? Was hat's? Wärme eh mehr brauchen. Ja, weil da schließt du ja oben jetzt auch wieder blöd an, dann? Nein. Dann so oben drüber, oder? Nein. Dann musst du wieder echte Ecken nehmen dann, oder wie? Ja, ja. Das geht sich aber irgendwie nicht aus, oder? Oder ist die Ecken über mir da gerade scheiße? So, ich hab's schon. Ich hab's schon gesetzt. Ja, dann musst du auch so, das über mir muss weg, das Ding da. Ja, ja. Das krieg ich nicht weg, kann ich nicht weglassen. Ja, ich komm nicht raus, hier. Warte mal. Hübsche Türe haben wir jetzt, ja? So. Den haben wir's weg, genau. So, Bodenplatten brauchen wir jetzt noch, gell? Mhm, das ist noch eben. Oder willst du noch Spitzen machen? Nein, mach das gerade, weil, was ich, vielleicht, können wir vielleicht mal was draufbauen, auch wenn wir irgendwas brauchen, was ich, mit einer Latte, ganz offen, grauen, Aussichtsding oder so, dann haben wir, ich sag mal, ja, gerade, die gerade Fläche, da könntest du ein Zäunen auch unter Tochterrassen machen, oder so, ist, keine Ahnung. Ich mein, ist jetzt nur, ist jetzt nur eine blöde Idee, was wir nicht brauchen werden, aber ich würd's halt nicht extra spitz machen, wenn wir vielleicht auch noch irgendwie rumbasteln können, da, mit der Fläche. Jetzt hab ich, jetzt hab ich nur Dachschrägen mit, die brauchen wir aber eigentlich jetzt nicht mehr, ne? Nein. Wie viele Bodenplatten brauchst du noch? Äh, Alter, viel. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fuchzehn ungefähr, plus minus. Okay, ja, ich hab mir jetzt nochmal zehn in Auftrag gegeben und zehn hab ich da. Ne, das ist wohl schwer zu zögen gewesen ein bisschen. Teile, Icarus genauso. Da kannst du ja auch in die andere Richtung die Ecken verdrahen und alles. Okay. Das geht ja alles gar nicht. Aber es funktioniert so, wie du so baust mit dem, dass man's einfach nicht nutzt und schrägen macht, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ihr habt auch die Dreiecke auch da hinten hinbekommen. Nein, es gibt Dreiecke in A-Richtung, wenn du so einen Boden aufstehend hast mit der geraden Fläche und nach oben zeigend. Aber verkehrte, von der Decke hängende gibt's zum Beispiel nicht, die Valheim und Icarus hat, wo die Spitze nach unten zackt, damit's so parallele Dachversätze kannst du nicht machen. Du hast da Dachschräge und um Anstand nach außen versetzt wieder eine Schräge. Dazwischen ist so ein Streifen rauf offen. Den bringst du nicht zu, weil du da nix hast, was du reinfuzzeln kannst. Das ist ein bisschen, das merkst du, was baust an der Fenster irgendwo ein paar Steine, die was die anderen Spiele haben, um das schön zu machen. Aber es ist kein Dreieck, so wie es ihr jetzt mit dem gemacht habt, mit dem gerade anstoßen, stumpf anstoßen, anstatt wirklich das fertige Eckteil zu nehmen, funktioniert genauso. Ist halt nur ein bisschen ein Workaround. Aber er tut's. Warum nicht? Apropos, jetzt wirst du nur das gemacht mit Gebäude reparieren, weil ich muss jetzt auch die Quest Gebäude reparieren. Wirst du das gemacht? Ja, es hat ja was angeschossen, aber wir können eine Welle starten. Ähm... Warte, ist schon erledigt. Die Tür hat eh irgendwas gehabt. Passt. Warum auch immer. Nein, passt auch. Warum auch immer die Tür was gehabt hat. Vielleicht hat es der eine vorher angeschossen. Wenn ich jetzt die Auswurffalle bauen muss, ja, als Quest, kann ich die dann bei dir drüben hinstellen, auch gleich in die Hütte hintendrau? Ja, aber die ist blöd. Schießt sie irgendwo hier oder was macht die? Nein, wenn die abgefeuert ist und die sie zurück übersetzt, können die Leute nicht durch vorbeigehen. Und dann fangen sie an, die Gebäude zu beschädigen, weil sie nicht durchkennen. Nein, dann lassen wir das. Ich habe meine einen Kisten hinten reingeknickt dann. Also wegfahren einfach. Weil dann muss das nur ein paar andere. Was ist diese Klappfallen? Kann man da wirklich die Monster zum Beispiel ins oberste Stockwerk locken und im obersten Stockwerk ein paar Dachvorsprung machen, wo sie entlang müssen und da hat er Klappfallen und die fallen wieder bis ganz runter? Ja. Kann man da so eine Endlose-Rotation machen, dass die, wenn die Rennen nicht über die gleichen fallen, dann noch einmal drüber, um rauf zu kommen? Oder zählt das als Blockade, dass sie da nicht durchkommen dann? Nein, das Problem ist, auch wenn die ausgelöst ist und die Tieren offen sind, können sie wieder nicht vorbei und fangen an, die Gebäude zu beschädigen. Das meine ich. Also wenn die offen ist und sie ausgelöst hat, die zählt als Blockade dann. Dann hauen sie wieder die Umgebung, okay. Das ist eine Menge lang. Ja, weil sonst könntest du Endlose-Schleifen machen, ne? Wenn die wie Lemminge in die offene Falle reinfallen, dann sind wir wieder runter. Habe ich ja eh gemacht bei meinem Turm, was ich vorher gesagt habe, was da hoch ist, habe ich eine Stachelfalle gemacht und dann eine Falltür. Und das die ganzen fünf Etagen lang. Innen und außen. Nein, also nur außen. Und da war es dann auch bläht. Da habe ich dann alles auf die Stacheldinger umgesetzt, weil sie ja nicht vorbei haben können. Dann haben sie angefangen zum Randalieren. Alles klar. Das sind die kleinen Feinheiten, die man halt erst weiß, wenn man es probiert. Deswegen frage ich ja gleich, weil ich mir schon gedacht habe, wenn die Falle offen ist und die fallen nur wie Lemminge durch, die fangen immer wieder beim ersten Stock auf, rennen alle Fallen durch, fallen auf, fallen wieder runter. Dann denke ich mir, das wäre ja praktisch dann, da kannst du es ja endlos im Kreis rennen lassen. Und das wäre ja blöd. Deswegen habe ich ja gefragt, ob die als blockiert zählt, dass der Weg blockiert ist, weil sonst macht das keinen Sinn. Sonst wäre die Falle overpowered. Das wäre ja genauso wie mit den Stachelfallen. Ein Teil bleibt hängen und ein Teil läuft durch, weil die sich wieder neu laden muss. Genau. Aber die zählt nicht als Blockade, das habe ich gemeint. Wenn die Stachelfalle ausgerüstert, können die anderen durchrennen. Wenn die Falltür offen ist, bleiben stehen und fangen die Wände zum Hauen an. Das wollte ich wissen, weil das macht den Unterschied dann. Genau. Aber weil die Türen halt offen sind, kommen sie nicht mehr weiter. Genau. Und dann ist der Pfad zum direkten Weg, da wo sie hinwollen, versperrt und dementsprechend fangen sie dann an, deine Wände zu zerbröseln. Genau. Korrekt. Das habe ich gemeint. Weil wenn die Türen offen sind, die einfach rein rennen und wieder runterfallen, dann wäre es ja theoretisch nicht blockiert, aber dann würden sie endlos im Kreis rennen und dann könntest du locker eine Endlosschleife bauen, ohne damit da irgendwie was durch kann. Und das wollte ich wissen, das haben sie aber eh verhindert mit dem, damit das als blockiert zählt, wenn es offen ist. Genau. Weißt du, es ist wurscht, was ich bauen will. Es fehlt eigentlich immer Holz. Mir fehlt immer Holz. Das ist jetzt das Nächste. Ja, ist lustigerweise. Ich will den Holztisch bauen, auch den Medizintisch bauen für die Quest. Ja, bei der Gebäude-Werkbank sind noch 600. Dann gehe ich dort hier und hole mir das für gewinnt. So, was machen wir dann weiter? Weil, damit ich noch weiß, wenn wir jetzt ein bisschen farmen, cutte ich für unsere lieben YouTuber das kurz raus, dass du nicht ewig beim Farmen zuschauen. Oder gehen wir dann bald einmal eine Welle rüber machen? Was hast du denn vor? Ich lasse mich da einteilen. Was hast du denn? Ja, ich hätte gesagt, machen wir eine Welle, indem es ja eh auch klingt, Zeit hat. Gehen wir gerne machen. Vielleicht zwei nur eine sogar. Ich muss noch was essen. Wenn wir jetzt eine machen, dann eine Welle. Und dann zum Schluss noch mehr Welle. Kommt der Daki auch mit? Ja, ja, ich komme jetzt. Ja, ist dieses Ding da oben, sagt man jetzt gerade, erstelle den Ausrüstungsmodi Winterfutter klein herstellen. Was ist denn das? Das ist im Inventar zum Herstellen. Ah, okay. Gut, da finde ich es. Das ist ober den Sessel. Ich tippe es einfach um ein. Ich klicke da hin und schreibe Winter. Winterfutter klein. Ach so, das ist so eine Unterfütterung für ein Gewand, nicht ein Futter, wirklich ein Essen. Nein. Ah, okay. Da brauche ich Fell dazu. Ich habe vorher mit der Shotgun, weil die Tiere sind ganz eigenartig in dem Spiel hier, dann habe ich da irgendwas erlegt mit der Shotgun. Wo habe ich denn das Fell dazu? Stein, Schnur, Sand. Wo brauchst du ein Fell? Ich brauche ein Fell. Ja, ich lege es da in die Werkbank. Ich habe ja noch 100. Außer nicht, 200 drin. Ah, da. Danke. Ich war jagen. Ja, ich habe es gestern gesehen, wenn ich mit der Axt ein Viech schlage, dann läuft es weg. Wenn ich mit einem Pfeil und Bogen drauf schieße, läuft es weg. Wenn ich in einem Rudel von fünf Hirschen, das ist in der Aufnahme drin, drin stehe und mittendrin in die Hirsche, zwei Meter neben die anderen, mit einer Pumpgun einen Viech über den Haufen schieße, es bewegt sich überhaupt nichts, es bleiben alle stehen. Die sind da überhaupt nicht schreckhaft anscheinend, wenn du mit der Schrotflinte schierst. Aber wehe, du schießt mit dem Bogen, da rennen alle weg. Wo ist denn das Eisen jetzt? Ah, da. Ich habe auch ein Simimentar mit, weil ich vorher was basteln soll. Nein, passt nicht. Ich habe ja drei genommen. Nein, nein, passt nicht. Aber ich wollte, ich habe es gerade gebraucht für eine Werkbank und dachte mir, hey, jetzt ist es weg. Hat sich aufgelöst. Soweit du willst, ich bin jetzt ja da. Wenn ich da bin, ist das sowieso egal. Du kannst nicht nur sagen, es wäre halt cool, wenn du sagst, was du machst, weil dann höre ich es auch. Fahrzeugfabrik. Ja, die kann ich nämlich eher schon machen. Die kannst du ruhig aufmachen, ich habe schon überlegt, ob man die aufbaut. Aber die war draußen gescheiterweise. Nein, nein, die macht draußen. Man zeigt drin. Ja, ja, nein, das wäre, was irgendwie cool wäre. Er erinnert mich an die Pinguine von Madagaskar. Und jetzt wollen wir die Welle machen, oder was? Ja, gehen wir mal, bevor das der Cooldown nochmal erledigt ist. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Machen wir das geschwindet? Machen wir das schnell, weil dann kann ich nachher noch ein bisschen weiter craften. Aber bei den Pinguinen hat es auch sowas gegeben, haben wir was im Auge von den Pinguinen von Madagaskar. Da haben sie ein U-Boot zusammengebaut in ihren Unterschlupf drin. Da siehst du das Schweißen und Nierten und alles. Und dann ist das U-Boot fertig und der Private sagt, schön, Kowalski, wie kriegen wir das raus? Und er so, nein! Dann siehst du das alles wieder zerlegen und aufschneiden und draußen nochmal zusammenbauen. Das war aber witzig, er hat wieder voll so Kugel. Unser Heisel ist so groß, weil ich komme jetzt überall mit dem Radius aus der Ausseine. Hast du Schaden, wenn man dich angreift? Nein. Nein. Nein, okay. Nein, ihr habt die Server-Einstellungen lassen und Standard-Server-Einstellung ist kein Spieler-Damage. Also, dass wir uns gegenseitig nicht platt machen können. Lustigerweise ist der Server auch, wenn man ihn mietet beim G-Portal, ist er direkt auf PVE. Also, wenn du nichts angreifst, hast du einen PVE-Server. Ah, okay. Ist auch okay, weil, ja, brauchen wir dazu nicht mehr, ne? Ja, ist ja auch mal so, dass ein Team-Member dazwischen läuft, dann erschießt man den aus Versehen. Ja, vor allem, wenn wir den Friendly Fire einschalten oder sonst irgendwie, wer weiß, ob die einen Fallen irgendwie einen anderen Spieler was tun können. Wenn ich jetzt dich abschießen kann, kann meine Falle, dir vielleicht auch wehtun, zum Beispiel. Genau, das stimmt. Das wäre natürlich blöd, dann, ne? Boah, müssen wir noch ein paar Pfeilen reinladen, oder? Ein paar Pfeile sind in dem einen, in dem einen waren welche drin. Ich hab keine. Aber wer startet? Aber in dem anderen, sind welche drin? Mehr eine. Ja, da hab ich schon eine da. Uh, darf ich starten? Ja. Ja. Die Belohnung könnt ihr sie haben, dann. Ich will ja starten. Ja, ja. Das ist ein Toller. Runde 4. Na, ich weiß auch nicht, was ich mit dem zeig, du, aber das ist ein Bildpaket, level 1. Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Bilder unterschiedlicher Qualität herzustellen, darunter Gebäude und Waffen. Hä? Verschiedene Bilder? Ist das... Ist das mies? Was, was? Warte mal. Pff. Hast du gestartet? Na, warte mal kurz. Na. Ha, 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 ha. Open to randomly get Blueprints of different qualities and types, including structures, weapons, und dinkt. Okay, die übersetzende Scheiße. Das ist Blueprints gemeint und nicht Bilder. Wie kommen sie von Blueprints auf Bilder, bitte? Wieso schreiben die Bilder dahin? Ich drücke... Vielleicht wegen Hintergrund. Ja. Ich starte mal. Receive. Kill the intruders and protect the beacon. Okay. Ah, jetzt haben sie schon Waffen. Brauche ich jetzt schon meine Schusswaffe oder ist das noch immer unnötig? Na. Also, ich habe den Speer und die sind one hit. Okay, dann nehme ich Messer. Ich habe noch ein Messer. Du hast gesagt, dass sie haben Waffen. Achso, du meinst, sie haben überhaupt Waffen, also Sperre, nicht Schusswaffen. Oder so. Genau. Ich bin da auch nicht geworden, wenn die kommen, oder? Ich halte ja ein bisschen was raus, oder? Mit der gründigen Rüstung. Ich habe gar keine Rüstung. Ich denke mal, du bist nackt. Der hat doch Hosen an. Okay, fast nackt. Das wäre Gott sei Dank hat er Hosen an. In der Fall, wir stehen ja dahinter, aber er hat keine Hosen an. Dann können wir sich seinen pelzigen Hintern anschauen die ganze Zeit. Ja, was du amal was, okay? Ja. Hahaha. 15 left. Hast du mich stört? Was dann? An dem Spiel, das wollte ich vorher sagen, da bin ich nicht dazukommen, weil ich mal vergessen, dass die Tooltips für den Arsch sind irgendwie. Äh, sicher auf dem Messertooltip zum Beispiel nicht einmal wieviel Schaden der macht oder von der Axt, das ist sicher. Doch, doch. Wo? Er macht 21,52 Körperschaft. Wo steht das? Wenn du aufs Messer klickst. Achso, muss er wieder klicken und oben mittig. Ja, warte, warte einmal, das kriege ich hin. Ja, okay. Ja, das ist aber auch deppert. Im Tooltip unten schreibst du die haltbarkeit rein und drüber ist urgroßes, schwarzes, leeres Feld, aber den Damage schaffen sie nicht mehr. Gut, okay, Kleinigkeit, Quality, das ist ein Level, ein Nörgeln auf hohem Niveau. Sagen wir einmal, weil man sieht es ja auch, aber ich habe jetzt voll da unten gesucht, wie in jedem Spiel im Tooltip unten. Oh. Der schaut aber dick aus. Händler macht das schon. Sehr gut. Fertig. Victory! Da geben wir halt die Beacon nur hinten. Warte, ich stehe die Sprache wieder um, jetzt wo ich weiß, was ich da über zusammen übersetzen kann, kann ich es ja wieder umstellen. Es ist relativ gut übersetzt, das meiste eigentlich, aber ein paar Sachen habe ich mir schon gedacht. Da habe ich gesagt, das ist sicher Übersetzungsgeschichte, wenn da so ein komisches Ding steht. Aber wie man Blueprint auf Bild übersetzen kann, ist mir trotzdem jetzt irgendwie ein Rätsel. So. Das habe ich noch nicht gehabt. So. Nächste Runde geht erst in neun Minuten in Runde fünf, ne? Ja. Dann können wir zwei große. Was ist dieses jedes Mal, wenn sie Materialien diese komischen Raumzeitpunkte da unten über dem annehmen? Hey Stefan! Ja. Wenn du jetzt quasi die Welle nicht schaffst, dann hast du ja quasi Zeit dafür, aber der Cooldown ist ja viel geringer. Und nachhinein, glaube ich, kostet es dann mehr. Okay. Dann muss ich mir nachher nochmal durchlesen irgendwann. Stefan, du bist herzlich eingeladen, gell? Der Darkie ist uns auch gejoint hier. Darkie ist auch mittlerweile in der Gilde hier angelangt. Und du kannst, du, du, du liegst, du bist, also physisch bist du eh schon hier die ganze Zeit. Du liegst nämlich da drüben. Nur geistig war es noch abwesend. Aber jetzt bist du ja dann, jetzt wird dein Geist bald wieder in deinen Charakter einziehen und dann passt's. So, was wollte ich denn jetzt fertig machen vorher gerade, bevor ich da... Ah, ja, genau, die Questraum. Medizinischen Tisch herstellen, habe ich da angefangen gehabt. Ja, den kann ich jetzt eigentlich nur herstellen und gleich wieder wegreißen, ne? Wir brauchen, den braucht man nicht zweimal, ne? Nee. Ja. Ja. Ist so blöd, dass man das nicht aufheben kann. Hm. Aber gut, hey, kostet ja nicht eigentlich... Ist eh urgünstig eigentlich alles. Ja, das sind halt Erfahrungspunkte und eh da was dafür. Ja, ja, aber ich sage, das sind allgemein halt... ...günstig, die ganzen Tisch. Der Tisch kostet 25 Holz, ein bisschen Stein, das ist überhaupt nicht aufwendig eigentlich. Das haben sie aber gut gemacht, weil sie haben eh viel zu craften da überall. Dafür haben... Da viel zu craften, dafür... Ja, es ist viel zu craften, aber... Aber es ist schnell craften, das meiste eigentlich. Aber wenn wir mal kurz Holz holen, Müll, das kriegst du ja auch recht schnell. Das stimmt. Rote Holzhandschuhe habe ich da am Muster. Oh, das tue ich mal da rein. Das tun wir da rüber. Alles. Das tue ich auch da rüber. Steinpfeile. In der Ecke da mal in der Müllkiste. Beispiel, das sind wirklich nur Kleinigkeiten, was mich halt im Spiel stören, aber das... Das sind einfach... Die Kleinigkeiten, muss ich ehrlich sagen, sind deswegen... Weil, äh, das ist irgendwie so... In anderen Spielen gibt es das, die was aber schon viel länger am Markt sind und die haben ja schon Zeit gehabt, das alles aufzubessern. Muss man fairerweise, wollte ich nur dazu sagen. Weil... Was mich zum Beispiel stört ist, dass es kein Ding gibt, wo ich, äh... Äh... Ich kann keine Zwischenstufe einziehen, bei einer halb hohen Mauer frei platzieren, ein Regalfach zum Beispiel. Ich wollte ja über die Kisten halb hoch so eine halbe Sealing machen, die was halt einfach dann nur halb so groß ist wie ein normaler Boden. Dem was ich zugepatze und dann mit halbe Wände die Wand dahinter von mir ausbauen und dann alle halbe Wand so ein Regalfachbau. Das funktioniert aber nicht, weil es keine halb großen Böden gibt. Halb hohe Wände gibt es aber keine halb großen Böden. Es kann ja da kein Regal bauen. Aber wie gesagt, das ist alles reines Quality of Life Genörge. Nein. Auf jeden Fall, ich habe da jetzt den Medizintisch weg da, weil ich habe das nächste Ding jetzt gekriegt. Das war die Medizinstation. Was verstehe ich? Ja, ich habe es da hingebaut, weil ich nicht gewusst habe, ob das dasselbe ist. Ja, aber ich habe gerade jetzt meine Medizintisch aufgebaut und wieder angerissen, weil ich habe gesehen, dass der dort fehlt. Jetzt haben wir ein Loch dort. Ja... Ehe wurscht. Ehe wurscht. Ja, ich kriege eh nicht was. Ehe wurscht. Ich sage, das ist ein Zufall gerade, weil ich habe es gerade angerissen, meine wieder. Genau wie du es am Redner anfängst, ist meine gerade zerbröselt. Ehe, he he he. Ich habe da mal was rüber jetzt. Gucken wir jetzt die Weizen rein intoaar... Hau jetzt alles rein, brauchen wir... Ah ja, das ist ja wieder so ein live-und-wärmen-der Verband. Bei dem Verband da schneidet er sich unter dem Verband ja ein Eisenerz. Warte, ich leg da noch reins. Ich habe, ich hätte 2 120 Stacks mitgebracht. Von da herüber, da brauchen wir doch nicht so viel. Du brauchst da an. Warte dann... Ey habe da ab. Bis auf die Hälfte teilt. 100. Wie kann man nochmal den Rechtsklick oben bleiben und rumziehen? Ich habe heute schon philosophiert, alle Tasten gedrückt. Einfach mit rechts daneben ziehen. Ist auch komisch irgendwie, aber ok. Ohne Nachschauen! Stefan? Nein. Ok, stimmt. Nein, der Wähler. Hallo! Servus! Hoi! Grüzele! Grüzele! Ein Schweizer. Schweizerdeutsch. Wer hat es erfunden? Schweizer. Nein. Und wer genau? Und wer genau? Ulrikula. Ulrikula. Jetzt kennt auch jeder, glaube ich. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Und wer genau? Ulrikula. Werbung habe ich als Kind schon gesehen. Aber cool. Wer kennt es nicht? Ja. Mein Sohn, glaube ich. Ich glaube, der kennt das. Oh ja, der ist jetzt 18. Ich glaube, selbst der kennt das noch. Ja, ich denke schon. Naja. Naja, meine Jugend ist doch 18 Jahre länger her als seine. Naja, aber. Ist doch cool, man. So, wie ich es gesehen habe. Hat er gerade eben eine Welle gemacht. Ja. Ja. Cool. Ja, jetzt habe ich zum ersten Mal Wellen noch gesehen. Jetzt rennt wieder ein YouTube-Partner, eine halbe Stunde ungefähr. Jetzt tun wir gerade... Na, Piss. Was ist denn da los? Achso, es regnet. Und... Okay, hilft nichts. Es wird nicht leiser. Okay, geh nicht raus. Dann kannst du nicht rausgehen. Na, passt schon. Ich habe mir nur gedacht... In... Ich weiß jetzt nicht... Ich weiß es schon nicht mehr, in welche Spiele. Also... Icarus oder in Ark oder irgendwo, wenn es daraus regnet oder so. Und du machst die Tür zu, wird es leiser. Das ist hier nicht der Fall. Deswegen habe ich die Tür zugemacht gerade. Aber es ist... Hat sich eh nicht geändert. Längstens werden die Beete wieder mal bewässert. Die sind ja nicht überbewässert. Ist ja alles gut. Kümmern sich ja keinen Schwanz drum. Die steht ja nur da. Nein, ich tue mein... Ich tue mein schon. Ich habe gerade die Weizen. Ich muss ja meinen Apfelwein bald produzieren. Jetzt stehen die Zuckerrohr erst auf Belohnen. Brauchen die seit gestern bis heute, bis die fertig sind? Wie lange brauchen die? Oder war der Server irgendwie, wenn keiner drauf ist, Stopp? Ich war drauf. Nein, der läuft weiter. Ja, weil ich habe... Oder habt ihr da nachanbaut? Weil ich habe die Zuckerrohr gestern am Abend da anbaut. Und heute, wie ich eingelogt bin, waren die noch immer auf... in dem Wachstumsstadium. Und erst jetzt, wo ich hergesteht, wirklich da Zuckerrohr zu ernten. Kann das wirklich so lange dauern? Nein, eigentlich nicht. Weiß nicht. Vielleicht wer nachanbaut. Aber ich war seit gestern nicht online und ich habe da anbaut gestern. Nein, ich habe nur mein Weizen. Okay. Was mache ich mit dem, bevor ich jetzt sinnlos esse? Kann ich mit Zuckerrohr irgendwas Sinnvolles machen? Oh, Zucker. Zucker produzieren. Du brauchst 10 für auch Zucker. Welcher Bank? Chemiebank. Oder Mörser. Na Mörser, glaube ich. Kautschuk ist was anderes. Das ist das anorganische Etwas. Mehl. Ah, nö. Knochenmehl, Harz und Maismehl. Oder kann ich den Zucker noch nicht? Ja, sonst gib ihn mir. Lass ihn drin und dann... Wo jetzt? Ich weiß jetzt nicht, welcher das reingebaut. Mörser, Mörser. Lass mich mal schauen, ob ich da ein bisschen was... Vielleicht kann ich was erforschen. Taschenlampe kann ich erforschen. Das ist irgendwie... Ja, okay. Hand! Holzgranate! Was macht eine Holzgranate? Das ist eine Handstillgranate. Schmeißt du... Wenn ich es wohin schmeiße, explodiert es mit Holz um sich. Bei unseren Toch regnet es einer, gell? Vielleicht ist deshalb so laut. Wo? Oh! Wir haben ja da nochmal ein Loch, gell? Haben wir irgendwie vergessen zum Zuhumachen, gell? Ist schon zu. Noch ist es nicht leiser. Okay, dann jetzt... Wir scheinen fleißig Eisen gefahren zu haben. Ich nicht! Ja. Ich weiß... Es hat mir wie heute erklärt, dass man AFK farmen kann. Und ich logge ein und denke mir, der muss ja da sein. Der hockt auf der Maschine rum. Ja? Dann habe ich mitgekriegt, dass der einfach nur oben hockt. Ja. Ja, das wusste ich nicht. Ich habe mir nämlich einbildet gehabt, man muss den manuellen Bohrer da irgendwie bedienen. Also nicht nur oben, sondern wirklich was klicken auch. Ich denke mir, der kann ja da nicht farmen. Der muss ja da sein, ne? Und dann bin ich draufgekommen, nö, das geht ja anscheinend eh so. Jetzt kann ich in Zucker... Braucht man nachher aber nicht mehr. Den Tisch... Ah, den Bohrer. Ja, ja. Ja, das ist ja angeblich nur... Also was ich eh schon mal gehört habe, nur so ein Anfangsding halt. Genau. Nachher dann ist der... Ja, okay. Dann kriegst du eine kleine Mine. Das ist quasi Tier 2. Und dann kriegst du die große Mine, das ist Tier 3. Und du kannst immer nur eins bauen. Pro Spieler. Ja, und jetzt hast du ja gesagt, das war das, was du gestern gemeint hast, wir haben ja mehr Spieler, ne? Genau. Das heißt, wir können mehr von dem aufbauen, ne? Genau. Sehr gut. Jeder Spieler kann eine Mine aufbauen. Wenn wir jetzt mit Darkie 4 sind, können wir auch 4 Minen aufbauen. Und das ist dann schon... Dann gehen wir es weiter. Und 4 Öltürme, ne? Und da kann ich noch gar nichts... Wo stellt man so eine Biestfalle her? Oder ist es immer da? Das mit der Aschefrau. Kann es noch nicht. Das habe ich auch noch nicht. Wo sind unsere Pro-Gamer? Stefan, wo kriegt man die her? Ich verlasse mich auf euch. Ich bin nahrungslos. Ich bin mir nicht gerade so ganz sicher. Ich weiß es nicht mehr. Arbeitstisch auf dem Metall. Was? Den Arbeitstisch aus Metall. Da kannst du die herstellen. Haben wir den noch nicht? Den haben wir noch gar nicht. Nein, der steht da in Grau. Da brauchen wir noch Bleibaren und Kautschuk. Dann können wir ihn herstellen. Dann... Bleibaren sind nicht gleich nebenbei. Und Kautschuk? Bleibaren waren eigentlich eh drinnen gewesen. Haben wir nicht genug. Warte, ich habe zufällig noch... Nein, ich habe eh schon genug. Ist eh schon genug drin. Kautschuk fehlst du. Wo ist der leicht? Wo ist der? Ich habe den noch gar nicht freigeschnallt. 211. Hat der noch Kautschuk? Was? Nein, ist keiner drin. Wo ist denn der? Da ist er. Ich habe ihn schon. Kautschuk oder den Tisch? Ja. Da. Geht schon. Ja. Ich craft. Ja. Ich mache endlich was, was keiner gemocht hat. Ja. Du musst auf mich warten, damit ich die XP auch bekomme. Sollen wir aufstehen oder zum craften? Eine Sekunde hörst du. Spät. Du kannst ja mal mit der Motorsäge Richtung Westen in... die Wüste laufen. Da kriegst du Kautschuk ohne Ende. Hast du schon die Motorsäge? Ich? Ich habe ja gerade angefangen. Ja. Wie willst du dann mit der Motorsäge in der Wüste laufen? Wie kommst du denn in die Wüste? Ich rede ja von euch. Ihr seid ja schon was länger dabei. Ich bin nur... Wir sind gerade Level 23. Das heißt, der Heli ist noch nicht in erreichbarer, greifbarer Nähe. Um in die Wüste zu kommen. Du brauchst doch kein Heli für. Ja, du kannst rein theoretisch auch mit dem Buggy einfach schnurstracks da durchballern. Also ich bin da zu Fuß hingelaufen. Okay. Wie tut man Kautschuk jetzt her? Was brauche ich für den? Also brauche ich diese komische Pflanze? Die habe ich eh. Da haue ich mal rein da, so. Machen wir mal ein paar davon. Naja, aus der Bar für die Fallen und so. Ich bestelle mal ein paar her. So 30 von diesen komischen Kautschuk da. Die Biestfallen? Nein, nein. 3 Skautschuk. Ich brauche nur die Biestfalle einmal. Kurze Frage. Bei welcher Welle wart ihr jetzt? 5, ne? Jo. Okay. Kleiner Hinweis. Ab Welle 8 kommen Ninjas. Das hat irgendwer schon vorher erwähnt mal. Aber ich habe keine Ahnung, was genau das heißt. Außer, dass die wahrscheinlich... Unsichtbar sind. Wenn die dich sehen, die machen sich unsichtbar. Aber trotzdem, wenn sie über Fallen rennen, lösen sie es aus, oder? Nein. 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 Die werden erst wieder sichtbar, wenn sie Schaden genommen haben. Und wenn sie sichtbar sind, dann kriegen sie auch erst wieder Schaden von deinen Fallen. Ja, das haben sie sich in dem Spiel da jetzt, muss man sagen. Aber dann schon langsam ein bisschen zusammengreiben, nach welchem Prinzipien sie was machen. Weil, nur wenn er unsichtbar ist, kann er ja trotzdem eine Falle auslösen. Eigentlich schon, ja. Nein, da merkst du einfach, das ist Gameplay-technisch, dass sie nicht irgendwie zu leicht oder schwerer sind. Das ist irgendwie so eine Gameplay-Entscheidung. Aber ist okay. Gut zu wissen. Jetzt weiß ich das auch. Gut. Was macht diese komische Bärenfalle da, diese Biestfalle? Ist sie wirklich jetzt für Wildtiere oder ist sie für Monster auch geeignet? Beides, beides. Ähm, die hat halt den Vorteil, die beißen sich fest und das Viech, was da reingetreten ist, bleibt dann stehen. Das kann nicht weg. Ja, aber setzt sich die... Achso, macht die nicht mehr auf irgendwann. Die setzt sich nicht zurück. Doch, doch, doch. Doch, aber das wird so, weiß ich nicht, so 10 Sekunden dauern. Die bleiben dann 10 Sekunden stehen. Aber ich muss nicht Handy scharf machen. Die löst die... Nein, nein, nein. Die setzt sich auch wieder zurück. Okay. Und Stacheldraht macht wahrscheinlich das übliche. Sie rennen durch und kriegen Damage und werden langsamer wahrscheinlich. Genau. Okay. Ich nehme das jetzt einmal dann halt mit, die zwei Sachen, weil ich sie habe gerade hergestellt. Kann man irgendwo aufstellen dann, oder ist das irgendwie schlecht, wenn ich die irgendwo hinstelle? Ja, uns passiert nichts, ne? Nein, ich habe so gemeint, ups, irgendwie, ich weiß nicht, dass ich irgendwo was zubahre oder so. Kann ich mit dem eh nix irgendwie zubahren. Weißle. Warum baust du die Öfen ab? Ah, okay. Genehmigt? Ich habe keine Ahnung, aber ich schätze, mein Upgrade jetzt gerade, ne? Ja. Ich habe jetzt gerade... Wo ist denn das jetzt? Na, hier. Ich soll von der Quest her da Bleibahn herstellen, sagt man die Quest. Ja, warte, ich habe gerade Bleierd da. Wo bist du? Den linken Ofen, der brennt. Neun habe ich, neun habe ich gerade reingeben. Wenn neun habe ich, mehr habe ich nicht. Na, warte, im zweiten, zweiten Ofen war er, an einem dritten Ofen waren... Hä? Was? Warte, warte. Warte, warte. Geht schon, geht schon, hab schon. Ich habe doch 183 Bleierd in der Tasche. Kann ich dir, kann ich alle 100 schmelzen jetzt von dem, oder? Es braucht man Blei nicht so häufig, oder kann ich sie schmelzen? Es schmelzt alles, was es gibt. Nein, weil da viele von den Eisen jetzt liegen zum Beispiel alle roh drin. Jetzt habe ich nicht gewusst, ob die roh... Weil man braucht sie manchmal auch roh für irgendwas und nicht verarbeiten, ne? Deswegen habe ich das nicht... Nein, weil der Holz drin ist. Oh ja, es war drin sogar. Aber nicht viel. Ja, okay. Also war das nicht nur so. Okay. Na, passt schon. Will da nur nicht irgendeinen Käse machen, oder so. Übrigens müsste die nächste Welle Nummer 6 jetzt dann bald funktionieren. Weil das mit 10 Minuten müssten schon vorbei sein. Aber nochmal zu den Ninjas, ja. Ja, aber das ist ja überbehindert. Dann kann ich mich eigentlich nicht vorne hinstellen und die gleich mit abwehren. Dann muss ich mich ja zwangsweise eigentlich aus der Line of Side begeben und hoffen, dass sie fallen, die alle killen, ne? Wenn du dich vorne hinstellst, der Ninja wird dich töten. Der macht auch dein Raum-Zeit-Modul mit einem Schlag kaputt. Ja, das geht schnell. Gut. Taktik für den Ninja ist dann was? Versteck mich irgendwo weit weg und warte, ob es durchkommt. Ja, den siehst du mit dem kleinen Schimmer, siehst du den. Start nochmal der Pleiting, weil ich hab das Eisen jetzt ausgeschalten, weil es war ja auf 500 mehr Eisen eingeschalten. Die einzige Falle, die den Ninja bekämpft, obwohl der Ninja unsichtbar ist, ist das automatische Maschinengewehr. Automatische Maschinengeschütz, Entschuldigung. Ja, aber wenn ich zum Beispiel da jetzt im ersten Gang im langen ganz hinten in der Ecke stehe, weil ich nur schauen will, halten, nur beobachten, halten die Fallen, kommen sie durch, etc., dann bin ich ja schon von dem gesehen und der ist ja eigentlich dann schon weg unsichtbar wieder, ne? Genau. Der wird dann, der sieht dann leicht schwummerig aus. Also du siehst, du kannst ihn noch sehen, aber halt sehr schwer. Ja, er wird so verschwommen irgendwie, so a la Predator. Was der Alien vs. Predator. Genau, genau so. Ja, so kannst du dir das vorstellen. Ja. Und nachher, das Ziel ist es ja, die Festung so zu bauen, dass du am besten gar keinen Schuss abgibst. Ja, aber beim Aufbauen von dem Ganzen muss ich ja ab und zu mal schauen, ob es passt, ne? Genau. Und dann kommst du mit den Typen ja immer ins Quirkst dann irgendwie. Genau. Okay. Und am effektivsten, du hast es jetzt leider falsch rum aufgebaut. Ich hab gar nichts gebaut. Ne, pass auf. Also den Spawner, den baust du in der Mitte von einer Plattform, dass die alle auf dieser Plattform dann drauf können. Sprich, sieben mal sieben Grundfläche. Ja. Und dann baust du einen Turm, den die hochlaufen müssen. Ja. Dann kannst du immer weiter in die Höhe bauen. Und außen machst du dann die Treppe runter. Und auf dem Laufturm von sieben mal sieben, dass du außenrum rennen kannst, also dass die außenrum rennen müssen, um hochzukommen, quasi wie eine Wendeltreppe, nur in groß. Auf den Wegen kannst du dann schön die Fallen positionieren. Ja, das Häuser dort hat ja der Heimler gebaut. Ich hab ja da gar nichts gebaut dran. Das war schon da, wie ich gekommen bin. Die können es jederzeit umbauen. Die will jetzt nochmal anfangen. Nein, nein. Das ist ja das gleiche Prinzip eigentlich. Ja, weil er hat ja gesagt, er hat ja jetzt nur aus Wartenmangel und Zeitmangel das so gebaut. Ich meine, er hat die Schnecke nach innen gebaut. Und dann kann man ja innen die Schnecke nach innen bauen. Eine Treppe in den ersten Stock. Dann die Schnecke nach außen laufen lassen. Dann eine Treppe in den zweiten Stock. Dann die Schnecke wieder nach innen. Das kannst du ja in die Höhe ziehen bis ins Nirwana. Das ist eh so, wie du es gesagt hast. Nur, dass das Spawner halt irgendwo steht bei ihm und nicht irgendwo von der Plattform vorher. Das habt ihr eh das gleiche Idee. Wie gesagt, man kann das auch gerne umbauen. Ich bin nur Zuschauer gerade. Aber ich habe das auch so gebaut wie der Heisel. Also ich habe auch so eine Spindel gebaut. Ja, und die kannst du dann, bevor es innen drin eine Treppe in den ersten Stock machen. Und dann die Spindel wieder nach außen alles durchrennen lassen. Dann außen wieder eine Treppe in den zweiten Stock und wieder die Spindel nach innen rennen lassen. Also eh das gleiche, was der Stefan gemeint hat. Nur eben von der anderen Seite angefangen, glaube ich. Soweit ich das gesehen habe. Wer rennt außen im Kreis und wir hätten die Treppe, da rennt die Spindel halt nach innen. Es ist vom Prinzip her das gleiche. Lange Laufwege auf kleiner Fläche und über Stockwerke. So habe ich es jetzt verstanden mal. Vorerst. Genau. Ja, starten wir gleich, oder? Ich wollte gerade sagen, weil das YouTube-Video dauert 51 Minuten gerade. Wenn wir noch eine Welle ran zum Abschluss, wäre schon cool. Vor allem sind wir jetzt endlich mal alle da. Stefan da räumt auch gleich mit auf. Sag ich mal, habt ihr ja ... Ich habe halt beim Einloggege wie rechts unten da ... Stefan, wir haben auch Fleisch zum Essen, wir brauchst keine Bären essen. Habt ihr auch manchmal rechts unten ein Tooltip von einer Panzerfaust gesehen? nein ich habe mir heute beim einloggen da einen fehler gehabt ich habe rechts unten eine panzerfaust gehabt dann schaue ich ins inventar so ich habe keine panzerfaust wieso ist eine panzerfaust die so was texten wenn es die inventar öffnet ganz das vorletzte reiter e mail da hast du vielleicht ein paar ressourcen aber sonst nein es war dann auch weg nachdem er mal eine waffe angelegt habe das war irgendwie ganz komisch ich habe das irgendwie ich weiß nicht warum das so war ja genau deswegen stehe ich die ganze zeit mit messer in der hand weil ich heimlich ich schieße dann immer heimlich ich schieße dann von hinten wenn keiner her schaut heimlich mit der panzerfaust nach vorne weil das fällt keine auf da kommen die raketen immer her komisch jetzt wissen wir das ich dachte immer dass wir ein sternschnuppen gewesen ja das ist ein große große feuerwerkskörper kann man die anzeige von den namen eigentlich ändern ich meine ich finde schön dass ich eure namen quer über die ganze karte leuchten sehe aber kann man die umdrehen jetzt sehe ich sehe dann dreimal groß der kors rum rennen und die namen eigentlich für die einzelspieler kleiner darunter kann man das rotieren dass da wirklich steht zum beispiel der wähler groß und drunter nur dass der kors oder die gilt nahe im allgemeinen wegschalten weiß dass zufällig wäre keine ahnung ja da ist man bis jetzt noch nicht wirklich in verlegenheit kommen das zu brauchen ja eben also wenn ich da jetzt da müssen wir stefan stefan bleiben wenn ich da jetzt die bärenfalle herrlich ist das ok da stört die darin so entweder rede nicht sondern man hört dich nicht ich wollte zu hinweisen ich habe stefan ist die ganze zeit schon nämlich jetzt der könig immer nach der sagt nix also wähler ich habe da vorher auch drüben in dem gebäude haben nichts mehr gehört dann also falls das war ich war nicht unfreundlich ich höre noch nichts ich bin manchmal auch unfreundlich aber ich habe es wirklich noch nicht gehört ja vielleicht ist er auf mir hat das er hat der hallo ja jetzt geht es ja jetzt hat er schon mal ein und so ein problem mit mikro irgendwie einstellung oder auch mal als falsche oder was hat sie schon mal gehe ich musste ja ja ich musste nur headset wieder aus und wieder an machen also da gut da falls ich vorher wegen dem bauen wir sehen wo ich redet habe wegen wie wir den bauen da da ist ja nichts kommen dann jetzt habe ich mir gedacht jetzt habe ich nicht gewusst ob es jetzt weiß ich nicht ob du da was gesagt hast oder wenn dann haben wir es nicht gehört es war gut ich wollte es so sagen weil da habe ich mir gedacht jetzt haben wir eh geredet dass wir ungefähr den gleichen baustil da gehabt haben weil ich habe so müsste man nur sagen nämlich weil ich wollte mich hätte das schon interessiert was du gemeint hast du hättest dieses ding da draußen auf plattform aufgestellt ist ja von einer plattform eingebaut quasi ja den den spawner auf eine kleine anhebe so einen kleinen hügel von mir aus und wenn es dann auf einer großen fläche wo es wirklich viel platz ist werde ich euch noch zeigen wo schön viel platz ist da stelle ich den spawner hin und drumrum baue ich überall fundamente mit einer grundfläche von circa sieben mal sieben vielleicht auch acht mal acht tief da baue ich ringsrum wände ja mit einer türe wo die nachher rauslaufen können in diesem in dieser plattform das borgen die das heißt dann sind die sofort sind die sofort in meinem käfig und außen du trichtest die nachher durch die tür dann irgendwie genau und außen rum baue ich dann den weg also du lass dich gar nicht in die gleich am anfang mal gar nicht einfach frei bis zur base laufen wie wir da du 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 tust das rund um einen spawner schon durch eine spindeltreppe schicken und dann einen hochhaus auf runter ja ja der das raumzeitdingsbums das ist in der nähe meiner base weil das soll die base ja auch reparieren ja das heißt die steht eher draußen als der so und alles was dann spawnt ist direkt in meinem käfig drin laufen die laufen die um den käfig immer wieder rum im kreis und immer höher immer höher immer höher und da wo ich fertig bin schon mit bauen da baue ich mir dann an der seite eine treppe runter zum raumzeitdingsbums das heißt die müssen immer direkt als turm immer weiter hochlaufen alle den ganzen weg immer entlang aber die spawnen immer innerhalb vom turm und dann baue ich aus wände aus steinwände zum beispiel oder was auch immer halbbögen das heißt ich kann von außerhalb sehen wo die sind beziehungsweise auch drauf schießen ich kann außerhalb geschütze positionieren die auch drauf schießen weil die wände offen sind ja ja ist klar weil die wände so halb offen sind möchte ich dich die bögen ja na das ist ja sehr coole idee ja das ist sehr gut aber ich sage nicht nein nicht aber das ist eine gute idee das ist aber nur ein anderer stil weil er macht ja praktisch das gleiche nur damit er zieht frei spawnen lassen und dann durch so so wie du sagst so wendeltreppenhaus darauf schicken wird weil das kann man ja höher zahlen also ihr macht es beide macht es eigentlich alle drei genau das gleiche maximaler laufweg auf kleinem raum in die höhe baut nur das mit geschütz ist eine gute idee das haben wir da nicht da offen offene seiten und damit geschütze reinballern wäre natürlich auch eine hilfe wie gesagt dieses automatische maschinengewehr ist halt das einzige was 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 die was die rabe heißen die hier in dem game die ninjas enttarnt ich sage immer gerne die schorten weil die sich immer so anschleichen ja bei uns waren es die ninjas weil sie sich halt im tarnmodus befinden ja genau nur passen halten wo ist da irgendwo alles dasselbe aber ja genau er kennt sich schon starten oder um muss vielleicht dabei sein aber ich hatte gehabt du willst aber dann starten aber wir sind ja eh bei der fünften der fünften wähle erst oder wo genau genau dann schauen wir mal dronende fünf los los Aber vielleicht komme ich doch als Wechser, Boss. Entschuldigung, Daki. Alles gut. Ich drehe mich rum, steht da einer hinter mir, habe ich erst mal reingebiegt. Ich hatte es auch gerade voll gerissen. Ich sage, fahr mal mitten in der Base, stehen auf einmal Leute. Urweit hin, ich bin gerade rausgerannt, aber ich dachte, ich bin eh noch ganz am Anfang. Vor allem, wir kommen die gleich ums Eck gerennt. Bin wieder gerissen. Dreck den Dicken? Okay. Der war schön aufs Köpfchen. Ist sicher. Dann bleibenden Betrag 35. Das steigert sich von Welle zu Welle aber eh ordentlich, gell? Die vorige war nämlich ziemlich wenig noch. Da fehlen noch immer 35. Ja, das geht noch ein bisschen höher. Ja, da glaube ich das schon. Ah, wir haben vorher mal diskutiert, gefragt, habe ich da mal, das hat mir keiner sagen können. War es eigentlich, irgendwie hat da mal wer gegoogelt. Was ist denn, gibt es denn eine maximale Wellenanzahl oder ist das ein Endlosspiel? Maximale Wellenanzahl weiß ich nicht. Ich kann ja nur sagen, maximale Gegneranzahl. Da wären wir bei 200. Ja, und dann kommt bei jeder Welle immer 200. Da wären es dann stärker auch noch die zwei, die... Ja, da kommen ja auch noch andere Gegner. Schon, da steigert sich dann noch immer weiter, okay. Ja. Das meine ich, ob es irgendwo ein Limit gibt, wo du sagst, so, jetzt sind die stärksten Gegner da und jetzt kommen immer nur mehr die gleichen Stärksten daher. Und wo das ungefähr wäre, bei welcher Wellenanzahl. Damit jetzt interessieren, wie weit, wo man wann weiß, wo man sagt, okay, jetzt bin ich so ziemlich mal durch durch das Spiel. Nicht durch, aber... Minhal, hallo. Ich bin bis Level, äh, bis Welle 40 gekommen, als der Server abgeraucht ist. Äh, und auch da kam noch, überraschenderweise, dann ein neuer Gegner mit dabei. Okay. Naja, mit 50, 60, 100 hätte ich schon gerechnet, aber... Wave 80 ist Max. Danke, Milhal. Schau, man muss immer noch Fragen stellen, dann melden sich die Leute. Ja, hallo, ich freue mich auf jeden, der schreibt. Danke für das erste Mal schreien. Wenn noch mehr da ist, der noch nie geschrieben hat, dann schreibt es bitte. Schreien dürft ihr natürlich auch, falls ich mich da jetzt verredet habe. Drücken wir gleich mal die Werbung rein. Kling. 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 Wegen, du wirst da so ein bisschen kalt gemacht, ne? Was werde ich? Nein, ich stehe da hinten oben, also ich habe volle Life. Ja. Weil wir dich beschützt haben. Nein, nein, ich... Ich... Wenn die Grenzen kommen und sie kommen zu nahe und wenn ich da gerade jetzt was anderes tut nebenbei, nur so schon rüberschauen, dann... Dann gehe ich einfach rückwärts. Außerdem habe ich ja die Shotgun auch im Notfall. Wie sind die jetzt? Oh, der Brutalo ist auch mit dabei. So, jetzt kann ich mal sagen. Danke für den... Danke für den Follow. Danke, danke. Ist in der Mitte im Kampf drin gerade ein bisschen abgelenkt gewesen. Executive TV. Boah, ist da der Sand. Whole Fat Emoji Explosion. Hype mal. Warte mal. Hype, hype, hype. Ich bin so stolz auf diese Hypes-Dinger da. Ich habe die extra... Jetzt ist es so labert, wirklich. Nein, danke. Super. Super. Typen, slash medis. Man weiß ja nie von den Namen her. Danke, danke jedenfalls. Jawoll. Wollt hype da auch mal schön rein. Hype, 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 hype. Na, pass mal. Jetzt haben wir schon 20 Minuten cool down zwischen die Wellen, oder wie? Ja. Okay. Maximale cool down ist, glaube ich, 30 Minuten. Okay. Na, das ist eh okay. Da haben wir bloß Zeit dazwissen. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt haben wir das eh mal. Der YouTube-Part dauert eine Stunde, drei Minuten. Der wird jetzt eh mal beendet. Und es ist jetzt so halb zwölf. Das heißt, ist eh auch schon relativ spät. Wie gesagt, die Woche habe ich eh noch vier Tage arbeiten. Dann kommen irgendwann die Betriebsurlaub über den Sommer. Ah, über, äh, so, lol. Der Betriebsurlaub über Weihnachten rum. Ich muss gerade sagen, du bist aber früh im Sommer, ey. Ja, na, frühe Vogel und Wurm und so, ne? Genau. Dann wäre mir eh lieber. Dann wäre diese ganze weiße, weiße, weiße Schnee da draußen nicht da. Wobei, wie gesagt, der Schnee schaut ja total schön aus, ja? Ich mag ja so, die Hinterlandschaften sind ja wunderschön. Aber ich brauche ihn nicht auf der Straße beim Autofahren eigentlich. Naja, gut, ihr in Österreich habt halt ein bisschen mehr wie wir hier, ne? Naja, wir haben eigentlich die letzten Jahre fast nie Schnee gehabt, aber heuer jetzt, äh, sind wir eingeschneppt. Stimmig. Ich fand das, ich fand das lustig. Ich habe die letzten Tage einen Spruch gelesen, weil einer gesagt hatte, ja, wenn es in Wurm erschnallt, kriegen wir alle Panik. Ich meine, erst habe ich geschluckt, aber recht hat der, weil wir sind es gar nicht mehr gewohnt, dass wir so großartig Schnee haben. Äh, Wählermann hat dich gehört, ja? Ja, nur nebenbei. Ja, du, bei uns, bei uns auch nicht. Also, wir haben voriges Jahr sicher maximal sieben Tage Schnee gehabt. Zwei Tage mal Schneegling, geschmolzen. Wieder zwei Tage geschmolzen, wieder einer aus, ne? Wir hätten da was. Wir hätten da was. Ja? Wähler, du meinst wegen einem Nut, ne? Ich habe da da ein Eisending da reingekleckt und die war auf dem Werkbank. Ein Eisending. Axt. Ja? Ich habe abgegradet. Wähler, was wolltest du sagen? Wegen Loot? Oh, hast Motorsäge. Jetzt geht's ab. Wir hätten da was Schönes gefunden. Was denn? Und zwar ein Blueprint von der Ölpicke. Oh, die ist gut, ja. Wo ist sie? Aber in orange. Die habe ich jetzt gerade in Werkbank gelegt. Eine Eisende, oder was? Von der Ölpicke. Vom Presslufthammer. Ach so. Ja. Da brauchst du Stein und Eisen, alles ab. Stahlbahnen. Naja, eigentlich nur 322 Stahlbahnen, 74 mechanische Teile und 134 Polymer. Wie stellt man den Stahl her? Kann ich glaube. Kann ich glaube nicht. An dem fortschrittlichen Ofen. Ja, ich habe gerade geschaut, da ist sie aber nicht drin. Das habe ich wahrscheinlich noch nicht geskillt. Bin ja dann noch nicht so weit wie ihr. Bar-Level unter euch bin ich ja. Dann drehen wir gleich auf, oder? Ich habe eh schon alles vorbereitet. Drauf die Hütten. Schau gerade. Jetzt muss ich mal eine andere Rüstung machen. Die wollte die ganze Zeit schon machen, bin ich aber noch nicht. Oh, Küchending. Ja, ja, aber. Ja, dabei geht es ja eh noch, aber irgendwie fehlt es mir noch eine unsichtbare Falle. Das ist die Wandfalle. Ah, automatische Anbrustfalle schießt ihr auf die unsichtbaren Dinger auch? Nein, nein. Da nicht. Ah. Da sind die Stahlbahnen. Ich habe mal ganz kurz aufgehabt. Jo. Da sind die Stahlbahnen. Ab Level 29. Fehlen mir noch ein paar. Na gut. Ja, dann weg. Hey. Bodyblocker. Aber es sind vier Leute. Das haben wir bei Cannes spielen. Oh ja, bei ARK. ARK haben wir es geschafft. Aber bei ARK war jeder immer auf seiner eigenen Ecke oder in seiner Base. Dass wir eine große gemeinsame Base mit vier Leuten gehabt haben. Das haben wir bis, glaube ich, jetzt in dem Spiel jetzt gerade einmal Premiere. Also allgemein. Was alle so auf dem Fleck zusammenhängen. So, aber die Idee mit dem Kurzer AFK werde ich auch machen. Ich muss nämlich kurz aufs Häusl. Ich mache mal Lulu gehen. Ein Wahnsinn. Pissen. Schnee einfärben. Und. Hey. Ja. Willa. Mein Freund. Ich weiß nicht. Wie kriege ich meine Motorsäge zum Laufen? Wie wäre es mit Benzin? Musst du Benzin ins... Abi. Abi. Dann drück mal R. Ah, jetzt. Jetzt tut er was. Okay. Super. Danke. Nachladen. Ja. Raus da mit dir. Passt. Ziel zu. Auf jeden Fall. Twitch lassen wir noch... Motorsäge bauen und sie nicht bedienen können. Also wirklich. Ich hoffe, es ist ein Hubschrauber und kann nicht fliegen damit. Also Twitch lasse ich noch weiterlaufen. Twitch macht noch einen gemütlichen Abend. Ende. Aber es geht noch mal eine Viertelstunde, 20 Minuten. Dann bin ich weg. Für YouTube. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir werden noch ein paar Runden hier weitermachen. Es kommt dann, wie gesagt, leider sehr viel gleichzeitig raus. Es kommt der Day Before. Ich hoffe schon fast, dass es fällt, das Spiel. Weil dann brauche ich es nicht spielen. Wenn es gut ist, ärgert es mich, dass ich im Front wieder nicht bin. Also ihr könnt es ja sehen, wenn man halt Privatleben und so auch hat. Dann ist es manchmal mit der Zeit aber auch kritisch. Aber macht ihr nichts. Wir werden es hinkriegen. Freut mich immer, dass ihr alle da seid. Und Twitch, wie gesagt, nicht gehen. YouTube, wir sehen uns beim nächsten Mal. Abon like, damit nichts vergessen. Bis dann und ciao.